Game on hier beim Dart Professor. Heute zeige ich euch mein absolutes Lieblingsspiel. Und wahrscheinlich auch wegen der Umgebung und weil ich es da gelernt habe, irgendwie verbindet man Dart ja auch immer mit Emotionen. Ja, die hat eine kleine Vorgeschichte, auch vom Namen her. Das Spiel heißt nämlich die Kartoffel. Warum er es so nennt, erzähle ich euch natürlich im Video. Wo habe ich es gelernt? Ich habe mal eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet und habe da immer das Privileg gehabt, mit der halben Schweizer Nationalmannschaft ein bisschen zu trainieren. Falls ihr irgendwann mal in der Lehe von Luzern war, geht mal nach Inville. Da gibt es eine Dartkneipe. Die schönste, die ich jemals gesehen habe. Ein absoluter Wahnsinn. Ich schaue mal, ob ich Links finde, dann schreibe ich es euch in die Kommentare mit runter. Einfach nur genial, wenn ihr mal in der Nähe seid, geht ihr hin. Und da habe ich eben auch dieses Spiel gelernt. Und wie das Ganze geht, schauen wir uns jetzt an. Als allererstes müssen wir uns erstmal unsere Spieltafel vorbereiten. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen was zum Schreiben. So, ich habe es jetzt mal so kategoriert. Einmal links die ganzen Doppel, die es im Spiel gibt, also von 1 bis Bulleye und dann pro Spieler eine Fläche, wo ich oben ein zweigeteiltes Rechteck habe und drunter, wo man einfach den Spielstand schreiben kann. Wenn wir das Spielbrett so vorbereitet haben, dann fangen wir an. Und zwar spielen wir 201 Doppel-In, Doppel-Out. Das heißt, jeder Spieler muss am Anfang mit einem Doppel raus. Und zwar dieses Doppel, was links in der Liste steht. Also wir fangen quasi mit Doppel-1 an. Also jeder muss 201 Doppel-1-In spielen im ersten Leck. So, spielt man das, kommt man rein. Dann spielt man das Ganze mal, ja, 201 Doppel-Out, also mit Doppel zum Schluss wieder ausmachen, zu Ende. Das ist ganz interessant, weil bei 201 mit Doppel-In muss man natürlich auch immer rechnen, wenn man jetzt mit dem zweiten Dart erst reinkommt, muss ich mich mit dem dritten ja schon auf Finish stellen, weil es kann ja sein, dass ich danach schon ausmachen kann. Also mit guten Spielern ist es ein ultraschnelles Spiel, weil 201 Punkte sind jetzt nicht wirklich viel. Deswegen nach dem Doppel-In gleich rechnen, wie stelle ich mich auf ein Finish. So, jetzt die Besonderheit. Also macht jemand das Spiel aus, dann bekommt er einen Strich, damit er das Spiel gewonnen hat. Wenn die anderen auch alle im Spiel drin sind, dann bekommt eben nur der Gewinner einen Strich, die anderen bekommen gar nichts. Wenn aber einer mit dem Doppel noch nicht im Spiel ist, also noch auf 201 steht, dann bekommt derjenige einen Kreis, und zwar in der linken Hälfte. Und das ist die sogenannte Kartoffel. Gewonnen hat nämlich am Ende der, der natürlich die meisten Spiele gewonnen hat. Verloren hat aber nicht der, der die wenigsten Spiele gewonnen hat, sondern verloren hat der mit den meisten Kartoffeln. Also theoretisch könnte auch der Sieger gleichzeitig der Verlierer sein. Und der mit den meisten Kartoffeln, der zahlt dann natürlich die nächste Runde Wasser, Cola oder was euch so einfallen würde. Ja, und dann geht's von vorne los. Also im Prinzip spielen wir 21 mal 201 Doppel-In, Doppel-Out, jeweils mit einem anderen Doppel, in dem man reinkommen muss. Und das kann natürlich je nach Spieler schon ein bisschen dauern. Also ich brauch für 1, 201 Doppel-In, Doppel-Out ungefähr eine Minute. Dann, ja, mit ein bisschen rechnen und so vielleicht 25 Minuten pro Person. Also wenn ich vier Spieler habe, ja, dann, ja, plant ein bisschen Zeit ein. Aber es macht, wie gesagt, auch ultra Spaß. Jetzt wisst ihr auch, was es mit der Kartoffel auf sich hat. Wirklich ein Hammerspiel. Vor allem, wenn man drei, vier, fünf Leute ist. Hoffentlich bald wieder ohne Kontaktbeschränkungen und alles mögliche in der Kneipe, dass man so schön spielen kann. Macht's auf jeden Fall mal. Macht ultra Laune das Teil. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Dart-Professor. Bis dahin, ihr critzegetablest. Herاس däumen M покresivieren die Bis dahin, ich bin der GRKO Sh Esperanz. Halt und ich bin der, congrats … Es gibt da, die Grüße nach unten kochen Wein, w诉.... Jetzt ist es mit dem, wir leben hier nach einem